Yo Leute, was geht ab? Hier ist ihr Leute heute. Öffnen wir das nächste Geschenk, Leute. Aber Leute, ich hab's außerdem vergessen, Leute, dass wir das im Video machen, Leute. Ich hab das vergessen, Leute. Ich hab das geöffnet. Das weiße Geschenk hab ich geöffnet. Es war eine Banner hier für Waffenlackierung. Und das kam hierbei raus, Leute. Das hab ich jetzt hier mal ausgewählt, Leute. Und dann könnt ihr das hier überall sehen. So, so, so und so und so und so. Und ja, Leute, wenn ich das Video gefallen habe, dann lass gerne Like und Abo daumen und nicht mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal.